Was geht ab, mein Freund? Ich habe gehört, du hast Bock auf Peksi, dann bist du genau richtig genau bei mir. Und zwar, ich biete dir eine Seite an, wo du die günstigsten PSN-Karten in Deutschland bekommst. Die bekommst du nur von mir, von meiner Partnerseite, die heißt Eneba. Wir gehen ganz drauf, ihr seht, das ist mein Profil, ihr geht hier drauf, das ist einmal Eneba, meine Freunde. Ja, Eneba bietet über 9000 verschiedene Spiele an, ihr könnt euch alle wie möglich downloaden, wenn ihr mögt. Wenn irgendein Code nicht funktioniert, meine Freunde, das ist kein Problem, Eneba bietet 24-7 ein Support an, das bedeutet, es wird immer sofort erledigt. Mega, mega, mega geil. Ich zeige euch ganz kurz, auf Eneba sind wir drauf, dann gehen wir auf. Zum Beispiel, Guthaben-Karten PSN, wichtig ist, ihr wählt hier einmal Germania aus, bedeutet Deutschland. Und ihr seht, es gibt eine 50er PSN-Karte für 42,39. Wir gehen kurz da drauf, kein Problem. Und ganz wichtig, wir haben jetzt hier, wenn wir auf kaufen gehen wollen, wir gehen mal auf kaufen und dann erscheint hier unten links ein Symbol. Da drückst du drauf, machst du Genia, unterbreitet, der Code funktioniert wunderbar, da sparst du 3%. Das bedeutet, eine PSN-Karte kostet dich 41,12. Mit dem Code Genia sparst du 3%, falls du Bock hast, viel Spaß, mein Freund. Und Backlack, Achtung, denkt dran, Packs ziehen, macht zu dich. Okay. Herzlich willkommen, meine Freunde, auf dem Kanal. Zurück auf Genia, wo... Nicht? Okay. Herzlich willkommen, meine Freunde. Heute öffnen wir die Rewards von mir. Ich bin natürlich auf Gold 3 gekommen und ihr wisst Bescheid, Beste wo gibt. Ja? Es ist folgendes, ja? Es ist ja Messi mit Rine und, 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 und. Und natürlich, ich kann mir kein Messi ziehen, nur sie kann mir Messi ziehen, richtig? Okay, es wird einfach nicht geantwortet, dann ist es auch egal. Wir gehen gleich in die... Doch, aha. Perfekt, wir gehen jetzt rein, bevor wir reingehen, wichtig ist unten. Ja, äh, schreibt rein, was ihr so gezogen habt, liken, nicht vergessen, abonnieren, nicht vergessen, wenn man neu auf den Kanal, bis es alles kostet, dann los, Daumen hoch, du weißt Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Wir würden sagen... Let's go! Ja, gucken wir mal im ersten Pack, was da los sein soll. Und, geht da rein, jawohl, kommt. Ja, Workout, zum ersten Mal Workout, Frankreich, LF, Dimitri Payet, yeah. Ist okay. 84er, der kostet so, na, 15.000, ist okay. Ja, ist okay. So, was haben wir dahinter? Bernard Colasinac. Ja, warte, warte, wir machen alle weg hier, den brauchen wir nicht hier. So, zack, nächste, hier. War schon mal für den Anfang eine gute Workout, ich glaube, haben wir geskippt, ich weiß es nicht mehr. Fangen wir an mit Rewards, bitte, geht da rein. Kannst du aber X drücken, passiert nichts. Bis dann gucken wir das nicht. Figuli. Ja, der heißt so, kann ich auch nichts für, dass er so heißt. Komischer Name, Juli. Ja, aha, 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 aha. Der kommt weg, der wird ja klappen. Ja. Ist gut. Dun, dun, dun. Pecklack. Oh, ich, na, es ist leider kein Workout, aber, Stürmer, Schweden, L.A., Zlatan Ibrahimovic. Ist ein sehr guter Spieler, 85. Es ist einer meiner Lieblingsspieler, aber der wird immer schlechter gemacht. Das verstehe ich nicht, warum. Aber, aber 85 ist okay, also bis jetzt sind die Rewards. Aber mach den da weg. Ja, warte, ich muss alles so machen. So, jetzt kommt es. Weißt du, wir haben uns gut aufgewärmt, wir hatten sehr viel Pecklack, muss man natürlich zu bestellen, ja, das war gut, das war sehr gut. Ich hab den erst genommen, weil ich ganz dolle wusste, dass der im ersten Pecklack drin ist. Ach so. So, jetzt pass auf. Hier sind jetzt die... So, ich brauche Messi, Ankara, Messi, 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 Messi. Ja, genau, mach dich ein bisschen frei. Messi. Ah, Gott. Der ist noch. Warte mal. Ja, pass auf, wir nehmen einfach den Ukrainer hier auf Ehrenbruder-Basis. Naingulan! Ist gut! Das ist sehr gut. Ja, der in der Mitte, warte. Warte. Erstmal gib dein Pär, blöd, dein Pär. Naingulan. Mega. Warte, ich guck mal kurz. Kannst auswählen. Warte mal, wir gucken mal kurz hier separat. Was kostet Naingulan? Ich schwör's dir, Naingulan war... Gut, das ist ja klar, dass wir kein Messi ziehen, ja? Aber Naingulan, ich hätte den niemals mit meiner eigenen Kraft gezogen. Aber meine Doktor hat ihn gezogen. 329.000, Bruder! Ist okay? Geil. 329.000, sehr gut. Das ist bis jetzt der tollste Spiel, den du mir gezogen hast. Öffnest du gleich das Psycho-Set, oder was? Ja. Ja, mach was. Bitte! Also, du hast da relativ... Was machst du denn da? Du musst auf X drücken. X? X? Yes, 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 yes. Und noch mal... Ehrenbruder Basis! I.A. Oder was? Geht los da rein! Oh, geht da rein! Geht da... Nein! Was ist das, Deutschland? Bitte, Torwart! Oh Mann, Leno! In so'n Speck, ey! Specki! Specki, genau. Kennst du Speck? Ja, Entschuldigung. Nein. Die Junge, Alter! Die ist gut! Warte, die Junge! Alter, dass ich das mal erleben darf, ne? Super Reward! So richtig, super! Da müssen wir mal gucken, ja? Der kostet bestimmt 20.000. 33, okay? Ja, ne, das wird nix. Das wird nix, ey. Das war's, wa? Ich würde sagen, meine Freunde, das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall den Eber aus. Ihr habt das Intro gesehen, ganz, ganz, ganz wichtig. Das sind die wichtigsten, deutschen, günstigsten FIFA-PSN-Karten, was überhaupt geht. Also, ja genau, so ist es einfach. Und, äh, auf ihrem Bruder-Basis, wie gesagt, mit Genia, Spatia, 3-Prom-San. Das war's von mir und von dir, Neyla. Dir, Neyla, weiß Bescheid. Falls euch das Video auch so gut gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, Daumen oben, wird man dich loben. Und, falls du natürlich neu auf dem Kanal bist, kannst du gerne, gerne natürlich kostenfrei abonnieren. Das war's von mir und von dir. Und, ja, was machst du immer? Perfekt. Das war's. Jungs, schreibt rein, was ihr so gezogen habt. Das war's von mir und dir. Wir gehen essen. Gute Nacht. Mach's gut. Und, tschau's. We've been waiting, anticipating, change coming our way. You're my baby, through the bad nights, to the bright old days. Und, tschau's.